Das bewährte Wechselklingensystem unseres Modells Optima zeichnet sich durch besonders einfache Handhabung aus. Eine Klinge ist in Sekundenschnelle entnommen und gegen ein anderes Werkzeug ausgetauscht. Zum Wechsel stellen Sie die Klinge rechtwinklig zum Griff. Drücken Sie jetzt die Entriegelungstaste, mit der die Klinge auch geschlossen wird, bis zum Anschlag durch. Jetzt können Sie die abgewinkelte Klinge gerade nach vorne aus dem Griff herausziehen. Zum Einsetzen der neuen Klinge drücken und halten Sie wieder die Verriegelung. Setzen Sie die neue Klinge ebenfalls rechtwinklig bis zum Anschlag, also im 90 Grad Winkel ein. Es ist wichtig, dass Sie die Klinge bis zum deutlich spürbaren Anschlag einsetzen. Eine nicht ganz eingesetzte Klinge kann nicht arretieren und zu irreparablen Schäden am Messer führen. Lassen Sie die Verriegelungstaste los. Schließen Sie die Klinge jetzt. Eine korrekt eingesetzte Klinge lässt sich ohne Widerstand schließen. Sollten Sie beim Versuch, die Klinge zu schließen, Widerstand spüren, dann entnehmen Sie die Klinge bitte noch einmal und setzen Sie sie erneut ein. Eine korrekt eingesetzte Klinge lässt sich mühelos mit einem Finger schließen. Versuchen Sie also nie, die Klinge mit Kraft zu schließen, wenn Sie einen leichten Widerstand spüren. Hiermit können Sie, wie bereits erwähnt, das Messer irreparabel beschädigen. Bei Beachtung dieser einfachen Punkte haben Sie lange Freude an Ihrem Optima.